Willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind in einem weiteren Turm. Wir müssen bis ganz nach oben irgendwie kommen. Da lässt sich doch bestimmt hochklettern, oder? Irgendwie nicht. Bevor wir die offensichtliche Abzweigung nehmen, gucke ich mich mal lieber nochmal um. Nach einem Lebensraum oder sowas. Aber scheinbar ist hier nichts. Ich warte besser hier auf euch. Einverstanden? Das wird mischt. Und nu? Ob das was wird? Knapp nicht. Seltsam. Ich habe das Gefühl, all das schon einmal erlebt zu haben. Erwähntest du bereits? Sie hält an! Noch einmal! Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem! Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Hm. Okay. Werdenkt sieht denn sowas aus in einem Palast? Der ist super! Jetzt ist das Ding oben. Dort oben ist noch ein Hebel, kommt ihr da ran! Wo muss ich denn jetzt... Ah, ich muss noch in Höhe. Wie ist gerade nicht ganz klar... Wie ich hier weiterkomme. Hä? Ah. 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 Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Der Schalter ist kaputt. Sehr witzig. Jetzt mach die Tür auf. Nein, im Ernst. Er ist wirklich kaputt. Toll. Sie sah jetzt nicht gerade baufällig aus. Na gut. Macht es euch bequem. Ich suche einen anderen Weg. Bitte beeilt euch. Fliegende Untertassen. Ähm. Man sieht gar nicht mehr diesen Ton mit der Schatzkammer. Ich weiß gar nicht. Wie laufen hier die ganzen Palastschäme ab? Oh, verdammt. Ciao. scheinbar sind wir jetzt wieder alleine unterwegs dann erstmal speichern 50 prozent beim nächsten mal fangen wir hier das heißt ungefähr 30 folgen wahrscheinlich maximal 35 irgendwie so in dem dreh werden es werden wie komme ich denn jetzt weiter und hierauf kletter bringt mir das ja auch nichts ich dachte wir hübschig diese anderen könnte fest hey Hä? Habe ich jetzt doch irgendwie den falschen Weg gesehen? Ich habe jetzt am Anfang der Version nicht richtig zugeguckt. Verdammt, nicht, dass er hier irgendwie gezeigt hat, wie es weitergeht. Ah, da, die Rohre, klar. Hä? Hä? Es ist ein bisschen ritzig, wie ich da jetzt runterkomme. Das macht er einfach nicht. Das bringt auch nichts. Ich muss definitiv runter. Da sind ja auch noch wieder Vorsprünge, wo ich mich theoretisch festhalten könnte. Aber wie komme ich da ran? Wie komme ich da hin? Hm. Oder ich irgendwas übersehen muss ich vielleicht gar nicht. Hier komme ich aber ja auch nicht weiter. Okay, sieht es ja aus, als ob das runterfällt. Schon mal gut zu wissen. Hä? Wie kommen wir denn jetzt da weiter, verdammt? Das ist ja Ritzel. Ja, wahrscheinlich eine Ritzel, womit wir uns in der nächsten Folge dann beschäftigen werden. Spitz zu blanke mich. Bis dann. Ja. 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 Ja.